Hallo, fantastisches Duo, Susanna Mittermeier hier. Wie geht's dir? Wir haben gerade das Certified Facilitator Training, das dieses Mal online stattfindet und vor allem zur amerikanischen Zeit. Also wir haben jetzt gerade Mittagspause, hier jetzt am Abend und ja, normalerweise sind wir in Costa Rica und ja, ist natürlich ganz anderes Setting und ja, so wie jetzt einfach alles anders ist, haben wir jetzt eben gerade da die Möglichkeit, das Ganze online zu machen und ich muss sagen, es ist einfach anders, ja, so wie alles andere. Und es ist einfach fantastisch, die Dinge einfach zu genießen, wie sie sind. Und dazu möchte ich dich gerne einladen. Also dieses Certified Facilitator Training dieses Mal ist so anders, nicht nur, weil es online ist, sondern weil es einfach ein anderer Kurs ist zu einer anderen Zeit. Und ich bin, es ist heute der zweite Tag und wie gesagt, wir haben jetzt Mittagspause, amerikanische Zeit und irgendwie, ich meine, ich mache das schon seit vielen, vielen Jahren und es ist jedes Mal anders. Also ich muss sagen, meine Welt gerade heute an diesem zweiten Tag von diesem Facilitator Training, die schmilzt einfach nur so dahin. Und wir haben heute darüber gesprochen, natürlich unter vielen anderen Dingen, aber eines, das mir so wirklich was gemacht hat mit mir ist, wieso machen wir das, was wir machen, wieso, wieso halten wir diese Kurse, wieso kreieren wir das Ganze, und für mich war das so eine Anerkennung, und du kannst dich selber fragen, wieso machst du das, was du machst, was auch immer das ist, was du kreierst, und mit dem du arbeitest. Und für mich war das so eine Anerkennung, warum mache ich das, was ich mache, wow, weil es einen Reichtum für die Zukunft kreiert, die wir auf diesem Planeten haben wollen, damit wir überhaupt eine Zukunft haben können. So, wie es uns jetzt gezeigt wird, da draußen scheint es ja immer so zu sein, als würde es immer schlechter werden. Nur meine Einladung ist, glaubst du dem, was dir präsentiert wird, oder weißt du, was du weißt? Und ihr kennt sicher das Tool, was schwer ist, ist die Lüge, was leicht ist, ist das, was stimmig ist. Und an dieses Tool können wir uns jetzt erinnern. Und was immer du liest, und was auch immer du hörst, wie wär's, wenn alles nur eine interessante Ansicht ist. Und was liegt hinter dem, was dir präsentiert wird? Was weißt du? Wo geht bei dir der Raum auf? Und ich weiß, es ist so leicht hinein zu flutschen in das, was einem präsentiert wird, und das ist genau, warum es präsentiert wird, weil es dazu designt ist, dich hineinflutschen zu lassen und dich davon abzubringen, von dem, was du weißt. Also, was bringt dich dazu, das zu kreieren, was du möchtest? Und warum sage ich kreieren in dem Ganzen? Weil gerade in dieser Zeit, wo es so leicht ist, hinein zu flutschen in das, was schwer ist, nämlich alles, das, was präsentiert wird, alles, was einem versucht zu überzeugen, wie furchtbar es ist und dass wir keine tolle Zukunft haben werden. Was hilft da am meisten? Erstens mal zu fragen, was weiß ich? Und zweitens, kreier dein Leben, kreier deine Zukunft. Und um da mehr Klarheit zu haben, was du als deine Zukunft kreieren möchtest, frag dich mal, wie komme ich überhaupt auf die Idee, das zu machen, was ich jetzt gerade mache? Was auch immer das ist, was auch immer du gerade arbeitest und was auch immer du gerade tust, was steckt da wirklich dahinter? Machst du es wegen einem Geld? Vielleicht auch, ist ja nichts Schlechtes, aber warum machst du es wirklich? Was steckt da, was steckt da dahinter? Und für mich war das heute so, mir sind so die Tränen gekommen bei diesem Kurs heute, weil einfach das für mich so ein Anerkennen war von dem, was mich dazu bringt, das in die Welt zu bringen und das zu verwirklichen, was ich verwirkliche und vor allem mit der pragmatischen Psychologie. Also ich habe ja lange im Krankenhaus gearbeitet, also in der Kinderonkologie und dann auch später eben in der Psychiatrie und ich habe einfach gesehen, wie es läuft. Also ich habe einfach gesehen, wie man denkt, Veränderungen zu machen. Und habe mir gedacht, hey, da muss es was anderes geben. Ich weiß, da gibt es was anderes. Ich weiß, wir können Menschen ermächtigen, anstatt sie als krank und falsch zu erklären. Und daraus ist eben die pragmatische Psychologie entstanden. Und das ist einfach diese Anerkennung, wieso mache ich das, was ich mache. Einfach, wenn du schaust, welche Zukunft möchten wir kreieren, weil wir machen uns so oft zum Opfer von dem, was einem präsentiert wird und denken, naja, wer anderer bestimmt. Welche Lügen hast du abgekauft, dass jemand anderer über dich bestimmt? Und alles, was das ist, wirst du das bitte zerstören und kreieren. Right, wrong, good, bad, pot, 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 pot. So, was ist der Weg raus? Kreiere deine Zukunft und werd dir klar, was möchte ich denn gerne oder womit kann ich denn beginnen? Was ist denn so mein Ding? Und vielleicht hast du nicht nur ein Ding oder sicher hast du nicht nur ein Ding, ja? Weil viele so kreative Menschen, die nicht wissen, was sie wollen, suchen dann nach ihrer Nische. Naja, du hast sicher nicht eine Nische, du hast sicher tausend Millionen Nischen, du musst einfach nur beginnen, eine anzuerkennen und was kann ich noch zu meinem Leben hinzufügen und was kann ich noch zu meinem Leben hinzufügen. Und dann einfach auch die Dinge vielleicht oft, kreative Menschen kommen oft drauf, was sie wollen, indem sie das tun, was sie nicht wollen, was ihnen nicht gefällt. Und ja, oft muss man einfach tausend Dinge machen, die einem nicht gefallen, bevor man draufkommt. Was einem gefällt, ja, und so war es für mich auch. Ich habe so viele Ausbildungen gemacht, ich habe das Lehramt, also ich habe, das Lehramt heißt das ja studiert, also ich wäre fast Lehrerin geworden, bin fast fertig geworden, habe Linguistik studiert, habe Philosophie studiert, habe irrsinnig viele Jobs gehabt, verschiedene, und wusste nie wirklich, was ich will. Ja, ich war auch nicht trainiert zu fragen, was ich will, ne, also ich war immer noch gewohnt, das zu tun, was andere von mir wollen. Und dann bin ich draufgekommen, das, was ich jetzt mache, war eine Wähle, okay, wohin führt das, welches Gewahrsein kriege ich von der Wahl, von dem Job, von dem Studium, aha, nein, auch nicht wirklich, okay, nächstes, was zeigt mir das, auch nicht wirklich, nächstes, was zeigt mir das. Und irgendwann einmal, oh wow, da geht die Welt auf, das ist groß genug für mich, das matcht am meisten dem, was ich in die Welt bringen möchte, nämlich eine, weil im Moment einfach auch anzuerkennen, für uns und auch so, hey, wie wäre es, wenn wir einfach einen nachhaltigen Planeten kreieren, wie auch immer du das machen möchtest. Und einen nachhaltigen Planeten kreieren ist nicht eine ernste Sache, ja, der Planet ist kein Ernstikus, ja, der hat Humor, Lebendigkeit, Leichtigkeit und Herrlichkeit, so überall, wo du denkst, einen nachhaltigen Planeten zu kreieren, da muss ich ernst werden, ja, und da muss ich was Ernsthaftes tun, willst du das bitte zerstören und kreieren? Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine, shorts, boys, um unsere Zukunft zu kreieren, braucht es von uns, dass wir die Freude, Leichtigkeit und Herrlichkeit auf Haxen sind, ja, und nicht irgendwas, was wir nicht sind. Und alles, was das nicht ist, muss ich sagen, dass wir das nicht zerstören. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine, shorts, boys, um unsere Zukunft zu kreieren. Ja, und ich glaube, das hat die Frage von Diana ein bisschen beantwortet, ohne dass ich sie gelesen habe. Lustig, ich habe da eine Frage wahrscheinlich gespürt und nicht gelesen. Jetzt sehe ich erst, dass ich sie eh schon beantwortet habe. Mir wird es noch besser. Ja, und das ist es gerade, was mir so gefällt. Und zum Beispiel mit der pragmatischen Psychologie. Jetzt vor der Corona-Zeit war das auch so, da, wo man noch reisen durfte und unter Menschen gehen durfte, da war ich zum Beispiel in Schulen und in Psychologie, pragmatische Psychologie vorgestellt und habe da einfach mit dem Personal begonnen zu arbeiten. Einfach einen anderen Ansatz für sie, um mit den Klienten zu arbeiten. Und jetzt ist halt die Zeit. Okay, und jetzt ist die Frage, was kann jetzt entstehen, das vorher nicht möglich war? Ja, also auch wenn du jetzt merkst, okay, die Dinge, wie ich sie vorher gemacht habe, das geht halt jetzt gerade nicht oder nicht mehr. Gut, was ist richtig daran und was kann jetzt kreiert werden, genauso wie es jetzt ist, was vorher nicht möglich war? Wir Menschen sind so gewohnt, dramatisch zu sein und alles dramatisch zu nehmen und immer nur auf das zu schauen, was nicht stimmt, anstatt der Natur nachzumachen und pragmatisch zu sein. Ich meine, wir brauchen eigentlich nur jeden Tag aus dem Fenster rausschauen. Ich liebe diese Herz- und alle Explosionen, die ihr da schickt. Sehr herrlich. Herzerlen und Daumen, ist das schön. Ihr braucht es nur rausschauen. Und das ist so, die Natur ist vor unserem Gesicht. Jeden Tag. Lernen wir was davon? Nein, nicht oft. Weil wir glauben, sie wissen es besser, weil wir haben ja das Verstand da oben. Alles, was das ist, right, wrong, good, bad, 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 all nine shots, boys, im Jans. So, wie wäre es, wenn du einfach mal nur rausschaust, jetzt ist es dunkel, oder bei uns zumindest jetzt gerade, oder wenn du es dir rausschaust, ist es vielleicht hell. Und du schaust da mal raus und was ich in den letzten Tagen gemacht habe, habe ich gesagt, Natur, Erde, zeig mir. Ich möchte lernen. Ich möchte mehr lernen über pragmatisch sein. Und weil die Natur ist pragmatisch, die budelt sich nicht auf, wenn was nicht so ist, wie es sein soll. Die Tiere, wenn es gerade nicht regnet und es ist halt trocken, sagen sie nicht um Gottes Willen, es ist trocken. Ich hoffe, wir werden eine Zukunft haben. Die gehen auch nicht zum Psychologen. Die sagen halt, okay, es ist trocken, was machen wir? Wie können wir das so gestalten, damit es am einfachsten für uns wird? Und das ist es pragmatisch, um Möglichkeiten einzuladen. Und um da mehr hinzukommen, ich lerne so viel jeden Tag, ich sehe so viel, was ich vorher nicht gesehen habe. Frage einfach, nature, teach me, earth, teach me. Natur, Erde, zeig mir. Was kann ich da noch lernen? Was ist da noch alles möglich? Und das ist für mich so ein, dieses Pragmatische einzuladen, das, was funktioniert. Und diese pragmatischen Möglichkeiten. Und dieses, wirklich sich selber, mit sich selber zu üben, wo man überall noch aufs Wunsch. Das, was fehlt oder noch nicht da ist oder zu wenig da ist oder wo es noch mangelt oder nicht so ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Okay, da fokussierst du aufs Problem. Da lässt du dich einlullen in diese Realität. Was ist darüber hinaus möglich? Wie wäre es, wenn wir uns selbst trainieren, mehr und mehr auf die Möglichkeiten zu schauen? Weil die sind unendlich in jeder Situation. Absolut in jeder Situation. Zum Beispiel, wir haben jetzt am Wochenende, also kommendes Wochenende, in Bad Kleinkirche meinen Pragmatischen Psychologien. Diese Dreitageskurse für die Leute, die einfach lernen wollen, wie kann ich die Tools noch anwenden für mich und mein Leben. Und der ist online, ist aber auch live. Und jetzt sind zum Beispiel in Österreich die Regelungen oder die Regulationen ändern sich wieder und ab Montag weiß man wieder nicht, wie es ausschaut. Wir wissen, dass wir einen Live-Kurs machen dürfen, aber wir wissen nicht, wie viele Leute wir im Raum haben dürfen. Jetzt sagen wir schon allen Teilnehmern, bitte schnell anmelden, weil wir nicht wissen, wie viele Leute im Raum sein dürfen. Und im ersten Moment, wo ich das gehört habe, dass diese Regulationen schon wieder verschärft werden, war das so ein... Und dann habe ich aber gleich gemerkt, aha, was wähle ich denn da? Wieso mache ich überhaupt... Hört das? Ist das überhaupt meins? Nein. Und dann habe ich mich gefragt, okay, was ist richtig daran? Oder was sind die Möglichkeiten darin? Und sofort hat sich ein neuer Raum aufgetan und gesagt, okay, was ist richtig daran, dass wir einfach diese bestimmte, was auch immer das dann ist, Anzahl Teilnehmer im Raum haben dürfen und eben die anderen online, die sowieso online sein wollen. Und irgendwie war dann überhaupt kein Falschheit, nichts Falsches dabei, sondern einfach nur, ja, okay, cool, was ist richtig daran? Und das ist der Raum, den wir wählen können, immer, die ganze Zeit. Wir müssen uns nur daran erinnern und es wählen, ja. So, machen wir mal eine Übung gemeinsam, dass du vielleicht ein bisschen ein Gespür kriegst, was ich meine mit diesem Raum sein. Spür mal deinen Körper und wenn du ihn nicht spürst, dann, ich kann es jetzt nicht vorzeigen, weil ich habe das Handy in der Hand, aber gib einmal zwei Hände irgendwo hin, also eine Hand daher und die zweite vielleicht am Bauch oder wo auch immer und connecte mal mit deinem Körper, ja. Grüß die Körper, Körperchen, hallo. Und du kannst die Augen schließen oder du kannst sie offen halten und jetzt nimm mal so viel Raum ein, wie das ganze Zimmer, wo du bist. Also spür deinen Körper und gleichzeitig mit dem, was du bist, nimm mal den ganzen Raum ein, das ganze Zimmer, wo du gerade sitzt. Okay? Und das geht recht schnell, da braucht man nicht denken oder viel tun. Und jetzt breite dich darüber hinaus aus, so weit wie das ganze Dorf oder Stadt, wo du gerade bist und hinunter in die Erde und gleichzeitig spür deinen Körper. Sehr gut, zack. Jetzt gehen wir weiter, jetzt machen wir das ganze Land, wo du bist, spür deinen Körper, breite dich aus, das ganze Land, wo du bist und hinunter in die Erde. Yeah! Und jetzt gehen wir europaweit oder sogar weiter drüber hinaus und hinunter in die Erde. Und spür mal, wenn ich den Körper kommen und noch weiter drüber hinaus und noch weiter drüber hinaus kann ich sein, um absolute Leichtigkeit mit dem ganzen Vierlefanz zu haben. Und alles, was das nicht erlaubt, Das ist noch ein bisschen Mittermeier-Style dazu. Humor, dreh dich auf. Und du wirst sehen, du kannst wo flutsche ich rein, was eigentlich überhaupt nicht relevant ist. Da versucht jemand anderer, mich reinzuziehen. Wieso wähle ich das überhaupt? Aha, wie viel Raum kann ich sein? Und wenn du das übst, wirst du nicht mehr der Effekt sein von dem, was abgeht, sondern wirst ständig in der Frage sein und immer fit und bereit für die Zukunft zu sein. Und das ist mein Geschenk an euch heute in dieser crazy Zeit. Ich glaube, bei uns beginnt gleich wieder der Online-Kurs. Der geht jetzt gerade bis zwölf oder halb eins in der Nacht. Das ist echt eine coole Erfahrung. Und vielleicht sehen wir uns einmal irgendwo. Wie gesagt, wenn ihr nächste Woche dabei sein wollt, live, beeilt euch, weil wir wissen nicht, wie viel wir sein dürfen oder online. Oder vielleicht sehen wir uns einmal irgendwo anders. Irgendwie im Moment ist ja alles in der Luft. Was kann sein? Was ist möglich? Wir sind auf jeden Fall ständig dran, mehr von uns zu sein. Und egal, wie es ausschaut, egal, wie es wird, egal, was kommt, wie wäre es, wenn wir uns selber vertrauen, dass wir wissen, dass wir wissen, und zwar immer. Und alles, was das nicht erlaubt, alles, was nicht erlaubst, dass du dir selber vertraust, dass du weißt, was du weißt und das du weißt, wirst du das bitte zerstören und kreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pork, all nine, shirts, boys, wir uns dein Gewahrsein, dein Gespürerl, Gespürerl ist so ein Mittermeier-Name für Gewahrsein, das, was du spürst, dein Gespürerl, ist dein Navigationssystem. Das wird dich immer zu einer großartigeren Zukunft führen. Du musst nur drauf hören. Also, vertraue dir selbst, folge dem, was leicht ist und gag mal ein Hauffall drauf auf das, was uns präsentiert wird, was nicht echt ist. Ja, also in diesem Sinne, haha, schönen Abend.